Musik Hallöle, hallöle, hallöle bei Magallo zum einen neuen Video Immer noch DFB-Pokal Und wir kommen dann heute zu dem Top-Spiel Wolfsburg gegen Bayern Und vielleicht habt ihr ja schon mitgekriegt, die letzten Spiele Dass der Kollege immer diese starken Mannschaften übernimmt Und ich die etwas schwächere Das ist heute ein bisschen schwer Weil Wolfsburg ist ja eigentlich auch eine starke Mannschaft Aber so machen wir das jetzt immer Ich nehme immer die schwachen Mannschaften Weil ich total bescheuert spiele Und er hat doch schon 27.000 Stunden an der PS3 gezockt hatte Aber jetzt nehme ich eh Bayern, weil ich habe das passende T-Shirt an Ja, ist ja gut, ist ja gut Wir fangen jetzt einfach mal an Ja, das passt doch schon Nee, ich bin größer Ich habe den größeren Spieler Du kannst dich jetzt erhalten wie Dachdecker Ja Fangen wir jetzt mal an Was, wie, wo So, naja Mal gucken Also ich tue jetzt mal so Wetten So Mindestens 3-0 verliere ich Das muss nicht sein Ja, dann 5-0 Okay Klingt schon besser aber Genau Gut, dann fangen wir jetzt mal an Jetzt hat der Klappe Schon wieder Regen Schon wieder Regen Ist ja auch ganz schön jetzt hier Ich weiß, muss ich mich wieder umstellen hier Ich bin nicht über der Baute Ja Ich wollte mich jetzt auch aufs Weiß-Grün Wolfsburg strengt Oh ja Guck, da hast du hier, ist so rutschig Warte nicht draußen Alaba Alaba Alaba, mach kein Quatsch Max Guse am Ball Boah Jetzt muss ich nochmal dazu sagen Na warte, wo die Weltwerten über, ja Oh, das geht ja schon über die Klasse los, ja Komm, 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 komm Boah, das sah aber komisch aus Alonso Ja, hey Schön Was macht ihr da ja auch nicht Oh, ich sehe gerade hier Ich habe ja den Bekloppt Du wolltest den Mainz Ja, aber ich wusste ja nicht, dass ich umschalten muss Wo war das hier auf L1, war Ja Ah, gut Ich habe mich schon gewohnt Ist denn hier der Pfeil auf dem Kipp Oh nee, jetzt war ich vor der Jetzt war ich vor der Auf rot Auf rot Das können wir nicht Das ist nicht gut Douglas Costa Ah, ich spiele sowas mit mir Reicht, du gehst jetzt zeitig ins Bette Nein Das macht mir eigentlich nichts los Doch, das zeitiges Bette gehen, ja Aber das hält aufstehen Oh, ich bin doch Liebe Leute, ihr könnt sagen, ich bin bescheuert Ihr könnt sagen Weil es stimmt Hast du bescheuert wie ich Kann doch kein Mensch spielen Das geht doch gar nicht Nö, nö Das geht nicht Ich habe ein Tor Oh mein Gott Seit langer Zeit Seit langer Zeit habe ich wieder mein Tor Das gucke ich mir jetzt dreimal an, Leute Das tut mir jetzt leid Das müssen wir uns jetzt antun Seit Ich weiß nicht, wie Drückst du hier? Was? Hast du gerade meinen Controller berührt? Ich wollte Ich berühre ein kleines Gesicht mit meiner Faust Guck dir das an Das war ein Tor Wahnsinn Wahnsinn Hast du mich gerade dumm? Meine Freunde, habt ihr das gesehen? Nein Jetzt machen wir drei davon Oh, jetzt war ich schon überfroert Ey, kalt Ich bin jetzt mit dir, mit dir ran Ah, Löhle, wo willst du denn? Der Wahl wurde gut weggebrochen Na, was denn jetzt vielleicht? Na, was denn jetzt vielleicht? Oder jetzt vielleicht? Nicht Oh Habt ihr das gesehen? Das Ding ging nämlich nicht rein Hat aber gedacht Ja, da kann ich ja fertig machen Aber nischt Äh Tim Klose Er passt ihn auf den Flügel Das ist doch schon mal da vorne hier Warum ist er nicht mehr rangekommen? Oh, ich hätte jetzt die Botschaft gefeiert Was denn jetzt noch ist, habt ihr da Geburtstag Doch Das haben sie erst am 16. Oh, er war ja 16.06. Das bin ich Ich will das auch nur wahr Abseits Der pfeift nicht! Der pfeift nicht! Und das hängt darin! Ich hatte jetzt nicht gepfiffen Das finde ich jetzt aber hier beschiss Mensch Der wird schon richtig gepfiffen haben Nee, hat der nicht Videobeweis Die Trillerpfeife ist kaputt Es gibt ein Wurf Das ist das erste Spiel Ich kann mich an die Farbe Spiel sein, dass wir verlieren Nee, komm, du Arschel-Tor Du musst noch 6 Euro, was? Du sagst es immer so und dann Dann war es Und dann machst du eben fertig Frei Stoß Was? Der war ja auch nicht Du bist ausgerutscht Nee, 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 nee Hier ist keiner ausgerutscht Oh, fast! Hast du, fast! Oh, fast erzählt nicht Scheiße Mensch, ich muss jetzt auch mal spielen hier Warum ist denn der Blödmann nicht da mitgelaufen? Freundchen Du fließt gleich raus Ganz gleich in Form Ach, ihr seid ja in Oh, Robben! Unter Druck Von Wolfsburg Von mir Du bist du ein kleiner Wolfsburg-Fan? Ich kann wirklich manchmal mit anderen Vereinen Besser spielen Kann ich auch Irgendwie so Ich kann auch mehr mit Real spielen Oder RB Du hast noch nie Real gespielt Nö 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 Ey, ich hab noch richtige Chancen Was ist da los? Ja, was ist da heute los? Es läuft bei dir, aber rückwärts Alter Was denn? Natürlich spielen die Menschen Mann Es kotzt einen an Immer beim Regen Immer beim Nebel Ich hab mal kein schönes Wetter hier Da geht er dazwischen Wichtig Er hat den Ball da draußen Jetzt tut das Kosta 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 ist für alle da Komm Das kann doch nicht Ey, Keeper, hau ab Da kommt Ey, lebe uns doch Alle nach oben geguckt haben Ja Oh, den hättest du da erstmal annehmen können Wer war's denn? Warte doch Warte doch Ey, du wirst randaliert Hahahaha Du hast deine Socke randaliert Was hast du denn du für ne Kampfsocke? Ja Ey, so eluschi Schuss Möller, Möller Ey, so eluschi Schuss Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein Der macht ja meine Erwätschaften kaputt Der hat dich irgendwie eingekleppt Nur, Hörnig ist hier 1-1 Der ist doch auch nicht mehr da drin Der ist doch auch nicht mehr Was ist denn da los? Das ist das mal irgendwie mal Aktuellizieren Haben sie das Spiel schon fertig Habt vorher sie abgehauen Ja Na, Schweinsteiger ist ja auch nicht mehr am Ball Na, okay, der ist schon etwas länger Was? Abseits? Ach nee, halt Ey, weißt du, ich bin ja am Ballbesitz Will ich jetzt gerade mein zweites Tor machen Und dann zwitschert der an seine Pfeife Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein Und das Spiel geht weiter Denk dran, du bist nicht rot Ja, so langsam habe ich mich ja ein bisschen drauf eingestellt Oh, anschaue ich noch ein bisschen mit dem Problem Leber Lewandowski jetzt In den letzten Jahren führte bei der Wahl Zum polnischen Fußballer des Jahres Kein Weg An Robert Lewandowski vorbei Viermal hintereinander hat er jetzt diese Auszeichnung schon gewonnen Seit zweit Da kommt der Schluss Gut gemacht vom Torhüter Robben zieht das Tempo an Ey Robben, läuft das ja auch nicht so weit Da läuft er innen lang Komm, 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 komm Nimm die drüber weg Da steht doch, Kind Gut geklärt Das war wichtig Komm, 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 komm Kommt der Torhüter nicht da raus Ich da schon kein Dasehen habe Das ist doch Ich weiß doch ja Bist du schon froh, dass du ein Tor hast Das schon mal Und dann wäre es ja mal geil Wenn ich wenigstens unentschieden das war ja also keine ja das ist auch nur ein tor ich habe gar nicht bei ich habe gesagt du hast auch nur ein tor dreh deine kopfhörer nicht so aus was das du treibst lukas was habe ich gesagt was habe ich gesagt naja da hat der torwart gar kein problem und wieder ist er auf dem posten er ist wirklich schier und überwindlich es bleibt und jetzt der bräune und jetzt der bräune mitspieler frei ich dachte hier kommt bei uns auch so viel es gibt einwurf für den fc bayern ich bin zu nervös achso weil er in tor ja ja natürlich weil ich vielleicht hier ein 1 zu 1 rausholen könnte ich muss mal aufhören die scheiße zu machen ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren Junge jetzt konzentriere dich mal ein bisschen ja jetzt mach mal nicht so nix ich hab doch grad was ich sag Junge abseits oder? Ne hat er jetzt erst da hat er erst jetzt gefiffen ja ich sag hier bei FIFA 16 das ist so katastrophal mit den abseits Dingern also das gab's bei die anderen nicht also das ist echt Maximilian Arnold jetzt wird's gefährlich Arnold geht der ja klar sollt ihr neuerlich Ball schenken Junge äh das Ding her Junge kannst du ihn schon mit anfangen komm ich hau abgange oh das sind die Tricks hör ich mich nicht irgendwann lernen bin aber doch irgendwie zu blöd das ist kalt oh oh das sollte man auch lassen oh das macht doch schlechte ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig mein erster Unentschieden vielleicht mach keinen Quatsch Junge oh schießt du da rüber du Pämmer und hat den Ball Klasse hmmm Ecke ganz ruhig Karl haha was Junge bist du denn geile Ecke ja ja normalerweise schon aber du weißt ja aber du weißt ja auch Spieler die kriegen schwere Beine ja nach dem Saufen kriege ich auch noch schwere Beine äh alter würde ich auch nicht mehr aufstehen im realen Leben das muss jetzt sehen Alter den hat ja weggehilfte sehen wir das nochmal ich weiß nicht so viel Zeit muss sein das war so geil oh man ne ne scheiß die Wand das war so geil die war auch zu brutals deswegen wiederholen sich nochmal das dürfen sie nicht zeigen ach so ich bin ja hier wie fliegt der da rüber ey das war wohl jetzt wie ein Brett rüber flogen die Situation geklärt also ich werde nicht wieder aufgestanden obwohl ich jetzt ins Krankenhaus von das sah aus wie so ein Dummy ey noch der hier abseits ja ja hätte da jetzt abseits gesagt Junge ich hätte die Abfall Abseitsfahne in sein Anus gesteckt was ist denn das was ist das was zu essen ja koche ich morgen Anus Nüsse Anus Nüsse würdest du mal drüben damit ich noch ein Tor machen kann wir schauen auf die Uhr hier ist noch alles drin alles drin aber fünf Minuten aber fünf Minuten noch plus Nachspielzeit ich weiß aber irgendwie der war 1-0 Führung oder ja ne jetzt aber wenn er jetzt wacht die füllte Nacht durch 2 ja wie 4 gleich wieder schlutet aber sie können den Außgleich noch packen jetzt bekommen sie schon t aber älter Trick Junge der war gut, wa? watsch jetzt ey wo hast du noch hin? ja mach mal Wind auf mich ach scheiß wo hat der abgefiffen wo hat der abgefiffen den hat er eh weggefangen da hab ich vorher noch gesagt, mach ein Tor für mich und dann wollte der noch rin ich hab Pfiff nicht gehört naja, ich weiß Leute dass ich einen Pfiff nicht gehört hab, ist klar ich hoffe das geht genauso aus seit langem mal wieder ja das war mal knapp ne so stelle ich mir das auch vor wo ich gegen Bayern genau so sollte das ausgehen und ich hoffe auch Bayern gewinnt naja, so wie wir es gerade gespielt haben könnte es ausgehen, richtig spannendes Spiel nicht für wenige Tore genau so müsste es heute Abend laufen das wars von uns bis im nächsten Video wir sehen uns Leute tschüss